Das Hotel de Cabour liegt in Paris in Paris Region. Die meisten Gäste des Hotel de Cabour würden das Hotel weiterempfehlen. Die weitere Empfehlungsrate liegt bei 67%. Insgesamt haben 10 Gästen das Hotel bewertet und vergeben insgesamt 3,7 von 6 Sonnen, welches eine mittelmäßige Zufriedenheit widerspiegelt. Leider liegen nicht mehr Bewertungen als die 10 vorhandenen vor. Daher sind die Aussagen mit Vorsicht zu genießen. Nun die Bewertungen im Detail, Lage und Umgebung. Das Hotel hat eine sehr gute Lage, was sich durch die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, gute Verkehrsanbindung, Bars und Restaurants um die Ecke sowie Entfernung zum Strand auszeichnen kann. Es werden 5 von 6 Sonnen vergeben. Zimmer Akzeptable 3,6 von 6 Sonnen wurden für den Zustand der Zimmer vergeben. Service Der Service des Hotels ist akzeptabel und wird mit 3,6 von 6 Sonnen bewertet. Hotel allgemein In der Kategorie Hotel allgemein bekommt das Hotel eine mittelmäßige Bewertung. Einige Gäste haben keine Probleme mit dem Zustand und der Sauberkeit des Hotels. Es erhält 3,4 von 6 Sonnen. Gastronomie Gastronomisch kann das Hotel nicht bei den Gästen punkten. Es erhält 2,5 von 6 Sonnen. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.